Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Präsentiert von Marc Marchand Das weite offene Meer, darin die Insel Titivu. Auf der Insel leben der Professor Habakuk Tibaton, Wutz, das Hausschwein. Ich muss hier sauber machen, es ist sehr dreckig. Außerdem leben auf der Insel Ping, der Pinguin. Wawa, der Waran und der Seelefant. Ich bin sehr traurig. Plötzlich. Was ist das? Ein Eisberg. Im Innern ist ein Ei. Das Ei muss ausgebrütet werden. Es entschlüpft ein Urmel. Diese Sensation muss der Professor der Welt bekannt geben. König Pomponell, der 55. Will das Urmel jagen mit seinem Gewehr. Demnächst auf der Freilichtbühne. In voller Länge. Im Theaterschloss Marsbach. Im Theaterschloss Marsch 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 Marsch